Hallo und herzlich willkommen zum ersten Vorstellungsvideo für das erste offizielle Add-on vom Landwirtschaftssimulator 15. Das offizielle erste Add-on ist erschienen oder erscheint heute, wenn ihr das Video heute guckt, am 29.10.2015 und es gibt insgesamt 20 Neuerungen, das heißt 20 neue Geräte-Fahrzeuge. Und ich würde sagen, im ersten Video werden wir uns konzentrieren auf die Gerätschaften und auf die Fahrzeuge und im zweiten Video werden wir uns die neue Map, wer heißt die? Sosnowska, werden wir uns die ein bisschen genauer angucken, weil alles in einem Video zu packen, finde ich jetzt ein bisschen too much und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir ein Video mit Fahrzeugen und Gerätschaften und ein Video, wo wir uns nur um die Map kümmern, weil die ist schon, also die hat schon eine gewisse Größe und deswegen möchte ich mir das ein bisschen in Ruhe angucken und deswegen, ja. So, nun das erste Video von den zweiten ist eben Fahrzeuge. Ich kann schon ganz kurz in den Shop rein, wir schauen uns zuerst die C-Thor. Heißt das C-Thor? Ich glaube schon. Ich bin noch nicht so vertraut. Genau, die C-Thor-Traktoren an. Da haben wir natürlich ein Oldtimer dabei. Mit 121 PS ist der Crystal 12045 oder Crystal, je nachdem, wie man es sagen möchte. Das ist eher so ein Oldtimer. Habe ich schon in der Richtung als Mod gesehen, aber jetzt gibt es natürlich, ne, als offizielles Add-on war der dabei. Kostet 450 Euro am Tag, ist jetzt relativ viel, wobei man dazu sagen muss, der braucht natürlich eine andere, einen anderen Reperturaufwand, als wie jetzt zum Beispiel so ein neuer Major 80, der was natürlich voll mit Technik gepumpt ist, als wie so ein Oldtimer. Das ist natürlich klar. Deswegen haben wir hier Unterhaltskosten 450 Euro am Tag für den Oldtimer unter der Gruppe. Aber 121 PS finde ich schon, ja, kann man schon einiges machen damit. Der nächste ist der C-Thor Major 80 für 58.000 Euro. Der kostet nur 95 Euro am Tag, hat aber auch nur 75 PS. Das heißt, so kleine Arbeiten kann man ruhig machen mit dem, aber so Pflügen oder sowas würde ich eher was, ja, was stärkeres verwenden. Wobei man dazu sagen muss, der Oldtimer kostet nur 52.000. Also vielleicht zum Anfang, ich weiß gar nicht, vielleicht ist da sogar Startfreund dabei, müssen wir dann mal im zweiten Video gucken, weil da fange ich wirklich von Null an und mit Startfahrzeugen und präsentiere ich dann die Map. So, der dritte Trecker ist der C-Thor Proxima Power 120 für stolze 98.000 Euro. Auch 120 Euro Unterhaltskosten am Tag, 117 PS. Mit dem kann man schon ein bisschen mehr machen. Und dann der stärkste in der Truppe bekommt ihr für 136.000. Das ist der Fortera 150 HD, hat 147 PS und hat 120 Euro Unterhaltskosten, genau wie der Trecker davor. Das sind jetzt erstmal die ersten vier Trecker und die werden wir uns erstmal jetzt ganz kurz mal ein bisschen genauer anschauen. Gut, was man natürlich sofort dazu sagen muss, wir sind ja alle relativ modverwöhnt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Optisch finde ich eigentlich generell alle Trecker und alle Gerätschaften, die was von LS direkt, also von Giants kommen, sind eigentlich sehr gut texturiert, kann man nicht anders sagen. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Nur was mir jetzt halt ein bisschen fehlt, ist, weil vielleicht schaut ihr manchmal unser LS15 Projekt auf der Belgik Pro Fonte, was mir halt hier extrem fehlt, sind solche Sachen wie IC-Steuerung und so Kleinigkeiten halt, die was mittlerweile schon wirklich Standard geworden sind in meinen Augen. Aber die gibt es halt hier alle nicht. Das heißt, IC gibt es nicht. Wir haben, gut, die Hupe, die habe ich hundertprozentig auch schon mal gehört, die ist nicht wirklich neu. Sonst, er ist schön gemacht, kann man nicht sagen. Handbremse, das passt alles. Hier ein paar Schalterchen und so. Also es ist nicht schlecht gemacht, aber das ist halt, ja, es ist scheins. So, Sound ist ganz in Ordnung, ist ein kleiner, süßer Trecker, kann man nicht eigentlich anders sagen. Unumbeleuchtung funktioniert. So, Lichter, das kennen wir alles schon. Also Lichter und das ganze Zeug, das sind die gleichen Tastenbelegungen, wie wir es immer kennen. Da müssen wir nicht großartig rumtricksen. Ähm, gut. Wie gesagt, für kleine Sachen würde ich den auf alle Fälle verwenden, aber für so größere Angelegenheiten, da kommen wir dann gleich zu der Schiene da hinten. Gut. Anschlüsse ist natürlich auch Kugelkopf, ganz normale Hänger, äh, an Hängeraufhängung, kann man das so sagen? Klappt schon. Oberlenker, Hydraulik, alles da, was man benötigt. Dann gehen wir jetzt zum nächsten im Bunde. Das ist der hier. Der hat sogar, oh, der hat sogar eine, äh, Moment, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Hallo, lasst du mich aussteigen? Der hat sogar, äh, eine Frontlader-Aufhängung, wenn ich das recht sehe. Ja, also hier kann man einen Frontlader dranhängen. Ich habe das jetzt nicht getestet, welchen, aber wahrscheinlich, äh, so einen standardmäßigen, der halt überall, äh, bei LS funktioniert. So ein Stull, äh, wird das sicher dran passen. Was der hier natürlich schon hat, ich glaube, den haben wir gar nicht geguckt, hat der das auch? Fronthydraulik hat der an beide. Aber der ist natürlich schon eine Nummer größer, ist natürlich höher, mehr PS, kannst du mehr mitmachen. So, der größte im Bunde, das ist der hier, der Forterra 150 HD, dem kannst du schon sicher arbeiten, wie groben oder sowas machen. Ähm, ist vergleichbar, ja, vergleichbar ist jetzt das falsche Wort, wir gucken uns einfach mal an, weil die Geräte, die wir hatten, die, die kennen wir ja schon, ne? Also dieser, dieser Hürlimann zum Beispiel und, und sei mir, das ist alles nichts Neues für uns. Aber der Hürlimann hat zum Beispiel 130 PS und der Neue, der größte davon, hat 147 PS. Das ist ungefähr die Liga, damit ihr das ungefähr einschätzen könnt. Also zum, zum Magnum wird er nicht hinkommen, weil der hat 435 PS, aber das wisst ihr alle selber. Beziehungsweise hat er nicht jeder von euch oder von uns, äh, eigene Mods im Ordner, wo er genau weiß, wie viel PS das Ding hat und das Ding hat. Was ich natürlich überhaupt nicht außer Acht lassen möchte, ist der Oldtimer, der mir persönlich sehr gefällt. Also das ist wirklich sehr schön gemacht, haben sie wirklich, muss man wirklich sagen, haben sie sich wirklich Mühe gegeben, finde ich zumindest. Ich möchte hier ansteigen, danke. Ja, das ist natürlich, das ist, das ist schön gemacht, also da kannst du wirklich nichts sagen. Gut, die, 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 sagen wir mal unter Anführungszeichen Probleme hier sehe ich wieder, keine RC-Steuerung, keine Zusatzfunktion, sowas wie Radio oder Klimaanlage. Gut, das ist falsche Trecker dafür, aber generell, das findest du bei den anderen Treckern auch alle nicht. Was hier schön gemacht ist, sind die, die, äh, die Tacho, Tachoanzeige und solche Sachen, Tankanzeige, das ist hier schön gemacht. Bewegt sich auch alles, kann man eigentlich nicht meckern. Wir fahren einfach mal eine kleine Runde hier. Spiegel funktioniert natürlich, LS15 Standard. Sonst, er hat einen netten Sound, wirklich. Hupe, ja, ich glaube, die haben fast überall die gleiche Hupe verbaut, das ist schon, bin mir sicher, dass der im Original nicht eine andere Hupe hat, aber gut, das sind jetzt so Sachen, das sind Feinheiten. Wobei, ich, ich finde ihn wirklich schön gemacht, also da kann man nicht meckern, Lichter, ich finde die Lichter extrem geil, weil die eben, weil die ein bisschen vorausgebaut wurden und nicht direkt in der Motor, in der Motor, äh, Karosserie dabei sind. Finde ich schön, also finde ich, ist gut gemacht, ist mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung. Jo, das passt ja nicht auch alles. Also, ja, mir gefällt er. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass der mir am besten gefällt von dem ganzen, von den ganzen Treckern, die wir jetzt hier aufgezählt haben. Aber, ja, das müsst ihr selber entscheiden. Äh, ihr könnt das Pack ab heute, also ab 29.10. äh, kaufen, bei dem, ja, wie soll ich das nennen, beim Softwarehändler eures Vertrauens, weiß ich nicht. Notfalls könnt ihr es auch Original bei, bei Giants kaufen, also auf der Farming Simulator Seite, auf der offiziellen 14,99, glaube ich, kostet's. Ähm, muss ich dazu sagen, habe ich aber schon bessere Angebote gesehen, also schaut euch da ruhig mal um. Das lohnt sich, um, 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 hier an den einen oder anderen Euro zu sparen. So, als nächstes würde ich sagen, der LKW. Der LKW, der ist wirklich, ihr guckt mal so an, was kostet er, was kann er. Ne, der war hier unten. So, der Phoenix 6x6 Accro Truck. 465.462 PS. Der alte hatte 440 PS, also der alte unter Anführungszeichen der MN, den wir jetzt mittlerweile schon kennen. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist erstmal, äh, Dreierachser, natürlich. Eine Achse mehr ist natürlich immer schön gemacht. Die Lichter oben, wenn wir uns gleich angucken, ob die funktionieren. So, züpfen wir. Ne, ich hüpfe mal das falsche Fahrzeug. Hier rein. So. Ja, Innenraum ist ja wirklich schön gemacht. Also, da kann man wirklich nichts sagen. Da gibt's nix. Sogar ein Fenster hinten raus, also zwei Spiegel sogar. Das ist wirklich schön gemacht. Da kann man nicht meckern. Wir lassen das gute Ding einfach mal an. Gut, der hat natürlich, der hat, der hat zumindest eine vernünftige Hupe, ne. Der hat auch eine Anhängerkupplung hinten und natürlich die, äh, die Sattelkupplung. Natürlich auch für Aufflieger oder solche Sachen. Da gibt's ja mittlerweile als, äh, Mod mehrere Möglichkeiten, was man da anhängen kann. Ich fahr kurz ein Stück zurück. Da können wir uns eben ein bisschen genauer angucken. So, ich würd's sagen. Ja, lass mal an. Komm, lass mal an. Ist doch egal. Was wirklich sofort auffällt, ist, ist dieser, ich, ich weiß nicht. Ich kann's euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube aber, dass das ein Tank da hinten oben ist. Und das gefällt mir persönlich schon wirklich sehr gut. Ich mein, so einen langen Anhänger oder Aufstieg hast du nicht, dass der hier vorne ansteht. Das heißt, der ist eigentlich wirklich gut gelöst, die ganze Sache. Dreiachs bin ich generell ein Fan von. Damals haben wir ja noch alles. Gut, die Reifen sind, sind wirklich schön gemacht. Das sind, ich würd fast sagen, das sind Offroad-Reifen. Weiß ich nicht. Nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaub schon, dass das, das sieht mehr nach Offroad aus, als wie jetzt die normalen MN-Sachen. Gut, was er natürlich auch hat, weiß ich gar nicht, ob das der MN hatte. Ich muss zu meinem, zu meiner Schande geschehen. Ich hatte nie so einen MN-LKW gekauft, weil ich den einfach nicht hübsch finde. So. Aber ja, es ist so, wir haben jetzt hier eine Rundumleuchte, sogar zwei da oben. Wir können das Licht anmachen. Wir können alle Licht anmachen. Ja, also beleuchtungstechnisch kann man wirklich überhaupt nicht jammern. Also da wird jetzt bestimmt jeder was sehen. So, das zu dem LKW ist schön gemacht. Also da gibt's wirklich, gibt's nichts zu meckern. Das haben sie wirklich super hingebracht. Es sieht halt für mich voll nach einem Offroader aus. Also wenn man den MN jetzt daneben hinstellen würde, würde man direkt sagen, okay, MN-Straße und der hier, äh, der gute Tatra ist mehr so für Wald und solche Sachen. Wobei er vom Feld, ja, also, ich glaube, dass der seinen Anklang finden wird, auf alle Fälle. Ja, glaub ich schon. So, geht's weiter zu den Dreschern. Einmal, zweimal und zum Häcksler. Ich würde sagen, wir hüpfen ganz kurz in den Häcksler rein und wir schauen uns den einfach mal an. Was mir sofort auch gefallen ist, dass ich ihn gekauft habe, ich finde, der ist ein bisschen breiter. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur optisch so wirkt. Fahr mal ein Stück weg. Innen natürlich, ja, das kennt man. Das kennt man eigentlich alles. Was ich glaube, was sie, glaube ich, wirklich gemacht haben, ist, ist die Fenster hinten vergrößert. Die kommen mir alle ein bisschen größer vor. Vielleicht nur, weiß ich nicht. Kann auch sein, weil ich jetzt eigentlich überhaupt keine Standardmaschinen mehr spiele, dass sie mich das jetzt täuscht, aber ich glaube, der ist, der ist für mich ein bisschen, äh, größer. So. Der Hupen-Test? Ja, gut. Okay. Passt. Aber hier haben wir auch wieder, gut, das Rohr kann man ausfahren, das ist klar. Das ist Standard. Also da, ja, das kennen wir. Das kennen wir. Aus. So, wir gucken uns das ganze Ding mal ein bisschen genauer an. Jo, also von vorne muss ich sagen, es ist, es ist nicht viel anders, äh, wie die anderen Drescher. Gut, der hat eine andere Seitenwand, ähm, die ist ein bisschen modifiziert worden, glaube ich. Sieht ein bisschen aus wie dem, äh, Krone Big X 580, sieht das ein bisschen aus. Standard Anhängerkupplung für Drehschemel und sonstige Sachen. Also Kugelkopf geht hier definitiv nicht. Gut, die, die, die Warnhinweise, die, glaube ich, hat man aber schon bei einigen anderen auch gesehen. Trellebergreifen, die sehen wieder ganz gut aus, muss ich sagen. Also hier, wenn man so gerade drauf schaut, sieht es ganz gut aus. Und, ja, solche Sachen, das ist eben, ja, es ist gut gemacht, aber ich habe schon Mods gesehen, die besser ausschauen. So ehrlich muss man einfach sein. Und was kostet das gute Ding? Gucken wir mal schnell nach. Äh, hier, 229.000 hat 442 PS. So, rechts daneben haben wir gleich ein größeres Modell, der kostet, ja, gut, der New Holland. Ja, es sieht einfach ein bisschen wuchtiger aus, der sieht ein bisschen so abgemagert aus, wenn man das so sagen kann. Aber gut, der SM 1403 kostet auch 750 Euro am Tag, genauso wie der New Holland. Nur ein bisschen zum Vergleichen. Gibt es natürlich, äh, die Aufsätze dazu, das kennen wir ja schon, das teile ich euch auch. Die habe ich auch im Original hier, die können wir uns gleich angucken. So, da haben wir für Mais, da haben wir für die, für die Schwaden, das heißt für Gras, Stroh und solche Sachen. Und auch zum, ähm, Getreidehäckseln, also Weizen und Gerste, Raps, glaube ich auch sogar. Ja, das ist alles mit dabei. Also ist mir schon aufgefallen. Aber gut. Ob man sich den kaufen möchte oder nicht, das bleibt euch überlassen. Für mich ist das jetzt irgendwie kein Pluspunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt widmen wir uns aber diesen, den, den, den großen Dingern hier in diesem Pack. Das ist einmal der hier, der Torum 67 und hier ist der Agros 595 Plus. Ich glaube, ich glaube, der Agron ist der kleinere von den zweien. Ja, so ist es auch. Der Agron 595 Plus kostet 189.000, hat 325 PS, 670 Euro Unterhaltskosten am Tag. Standardhochzoten kennt man. Kapazität 9.000 Liter ist in Ordnung. Also gibt es größere, aber für, für die, für die Größe und den Preis ist eigentlich vollkommen ausreichend. Der große, der Torum 67, kostet 880 Euro am Tag. Einmalige Kosten von 342.000 Euro. Kapazität 12.000 Liter. Gut, hat natürlich schon um ein Drittel mehr als wieder kleinere. Fruchtzoten Standard 490 PS. Ja. An und für sich sind sie schön gemacht. Also da gibt es nichts. Feuerlöscher ist immer dabei. Gehört auch dazu. Ich bin schon wieder ins falsche Fahrzeug eingestiegen. Das ist irgendwie nicht mein Tag heute. So, wir gucken uns den einfach mal an. Bin mir nicht ganz sicher im Moment. Ich glaube, den Sound habe ich schon irgendwo mal gehört. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Gut, was natürlich auffällt ist, dass er sofort reagiert, wenn du Gas gibst. Ja. Gut. Display rechts. Schön gemacht. Da gibt es überhaupt nichts. Wird auch angezeigt. Geschwindigkeit. Uhrzeit wird sogar angezeigt. Also wenn man da jetzt ein bisschen vorlaufen lässt. Ja. Wird eins zu eins übertragen. Also das ist gut gemacht. Gut, solche Kleinigkeiten um. Eben. Da ist wieder, ne, genau das, was ich gemeint habe. Wenn hier nur ein paar eisliche Funktionen drehen werden, das wäre wirklich schön. Wirklich schon sehr gut. Hier der Blick in den Korn-Tank. Wir gucken das Ding einfach mal an, wenn es aufgeklappt ist. Ja. Gut, ist jetzt nicht so der Burner, wenn ihr mich fragt. Aber es ist zweckmäßig. Nennen wir es einfach zweckmäßig. Das Rohr kann man natürlich auch ausfahren. Ja, aber das müssen wir uns nicht angucken. Das kennen wir doch alle. Also das kennen wir wirklich alle. Es sind dann einfach nur ein paar neue Marken. Es ist ein bisschen neue Optik. Andere Farben sind dabei. Aber ansonsten, es wird immer noch mit Wasser gekocht, ne. Gut, die Animation finde ich wieder besser, muss ich sagen. Weil da einfach ein paar Sachen zusammenspielen. Die finde ich wirklich besser. Da ist sogar eine Light-Ende Korn-Tank. Das habe ich noch nie gesehen jetzt zum Beispiel. Also das ist neu für mich. Boas-Fahren. Ja, gut, das kennen wir alle. Und umleuchten hat er, oder? Hat er. Hupe hat er natürlich auch. Ach, diese Hupe. Boah, ich kann sie nicht mehr hören. Na gut. Aber, ja. Wem es gefällt, ich glaube sicher, dass der auf ein paar Höfen stehen wird. Zumindest die erste Zeit, bis wieder irgendwas vernünftiges, vernünftiger Mod rauskommt. Dann, ja, wird er auch wieder in der Scheune landen und dort vergammeln wahrscheinlich. Wie halt andere Sachen auch. So, hier haben wir die, äh, die Aufsätze. Das ist für den Häcksler zum Beispiel. Für die Schwad. Hier ist der Häcksler für das Getreide. Für Weizen, Gerste und solche Sachen. Dann haben wir hier, zu den anderen kommen wir gleich. Ich muss hier rüberlaufen. Einmal ein Schneidwerk. Moment. Äh, das zeige ich euch. So. Wir haben einmal sieben Meter und einmal neun Meter. Natürlich neun Meter für den großen Torum, 7,60. Und einmal sieben Meter für den Akros, 5,95. Maisgebissen ist auch dabei für den, aber nur für den 5,95. Für den Großen ist keins dabei. Und dann die ganzen Aufsätze für den Häcksler. 6 Meter Breite, 3 Meter Breite, 5 Meter Breite. Das ist was anderes schon. Ja. An und für sich, ähm, kennt man. Es sind nur andere Farben. Vielleicht haben sich die Breiten ein bisschen geändert, aber nichts Weltbewegendes ist das auf alle Fälle. Hier haben wir nochmal das, äh, klappbare Maisgebiss. Ja. Also ist, ist schön gemacht. Es gibt wirklich nichts zu meckern. Aber es sieht alles irgendwie gleich aus. Tut mir leid, aber bleiben wir lieber bei dem hier. So. Der Farmtec. Wo haben wir denn den dritten Anhänger? Ein Kipper. Kipper. Da muss er drin sein. Ja. Der Farmtec DDK, 1600 für 14.500. 10 Euro Unterhaltskosten am Tag. Kapazität 15.000 Liter. Ja. Kann natürlich laden. Weizengerste, Raps, Körnermais, Rüben, Kartoffeln, was ist das? Silage. Weiß, schlag mich doch. Weiß nicht, was das andere ist. Auf alle Fälle noch zwei Sachen. Könnt ihr euch unten angucken. Gucken wir uns den einfach mal an. Ich finde ihn von der Form, finde ich ihn relativ schön. Was ich noch nachschauen wollte, ist, ob es da vielleicht so eine Plane oder sowas in der Richtung gibt. Was natürlich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ist schön gemacht. Aber ich meine, die Federn hier und das Ganze und die ganzen Sticker, das zähle ich mittlerweile schon zum Standard dazu. Also das ist jetzt nicht erwähnenswert, glaube ich. Hinten kann man noch einen Anhänger dranhängen mit normaler Anhängerkupplung. Ich glaube, wir hängen den einfach jetzt mal an. Und dann können wir am besten sehen, ob er noch zusätzliche Funktionen hat oder ob es einfach so ein stumpfes Modell ist. Und das war's dann. So, wir können Plane schließen. Tatsächlich, es gibt eine Plane. Eine weiße Plane. Gut. Das ist auch hübsch. Also das haben sie schön gemacht. Naja. Haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Aber gut, wer es haben will. Natürlich. Wieso nicht? So, innen. Das sieht eigentlich ganz normal aus. Das ist Standard. Ja, es gibt wirklich nicht viel mehr darüber zu sagen. Es ist ein Anhänger, kann die Standard-Fuchtsorten plus ein paar andere Sachen transportieren. Hat eine Plane. Ja, kann auf allen Seiten abkippen. Das war's eigentlich. Also links, rechts und hinten. Viel mehr kannst du das. Ist eigentlich ein ganz solider Standardhänger. So, viel mehr kann man da nicht so zu sagen. Gut. Was ich vergessen habe bei dem LKW. Den LKW kann man in der Farbe wählen. Das heißt, ihr könnt alles, könnt ihr nur kaufen, wie es auf den Bildern erhältlich ist. Nur den LKW, den könnt ihr auch meinetwegen in einem wunderschönen schwarz nehmen. Gucken wir uns kurz an. Zurücksetzen. So. Da hinten müsste er irgendwo stehen. Genau. Also hier haben wir ihn in einem Standard grün würdig, türkis so in der Richtung. Und hier ist er halt den komplett schwarz. Hat auch was. Ja. Kann man seine Lieblingsfarbe aussuchen. Jeder, wie er gern möchte. Gut. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar haben wir einen wunderschönen Pflug, der mit dabei ist im Pack. Den schauen wir uns auch gleich an. Pflüge. So. Hier haben wir ihn. 1,9 Meter. Na gut. Ist jetzt nicht die Welt. Aber hat der Kanner gesagt, dass es jetzt ein 20 Meter Pflug wird. Bildige Leistung. 92 PS. Ist eigentlich ganz akzeptabel. Habt ihr gleich mal mit einem vernünftigen Trecker drin. 12.000 Euro Anschaffungskosten. 10 Euro Unterhalt am Tag. Gut. Kann man, kann man, ja. Kann man so haben. Ich weiß nicht. Ich verwende diese kleinen Flüge eher für die Ecken und für den Randstreifen. Und für die Mitte würde ich dann schon was Größeres verwenden. Aber das bleibt euch dann überlassen. Also das soll eben nur eine kleine Vorstellung sein, wie das aussieht. Was alles dabei ist. Und. Aber spielen müsst ihr selber. Und ja. Gegebenenfalls. Wenn euch das Pack gefällt, kauft es euch. Und ja. Erweitert einfach euer Sortiment in Gerätschaften und Träger. Was haben wir hier? Dürfte ein Düngerstreuer sein, glaube ich. Düngerstreuer? Ah, ja genau. Der Exakta. Was? Exakta. EL700. Für 4.500 Arbeitsbreite von 12 Metern. Kapazität 700 Liter. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr da nicht weit kommen werdet. Mit so einer Arbeitsbreite. Und mit dem kleinen oder mit dem geringen Ladevolumen, was ihr da reinmachen könnt. Da werdet ihr nicht weit kommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber testet das selber aus. Testet das einfach selber aus. Weil ich kann euch jetzt noch stundenlang vollklauern über dieses Addon. Ihr müsst es selber spielen, damit ihr wisst, was ich meine. Gut. Kann Dünger transportieren. Können Dünger ausbringen. Müsste mittlerweile auch schon bekannt sein. Dann. Das haben wir schon gemacht. Dann habe ich einen Grober. Der dürfte die Standardbreite von 3 Meter haben, glaube ich. Grober, Grober, Grober. Hier oben. Grober. Hier haben wir ihn. Genau. Hat 3 Meter. Benötigt 90 PS zum Ziehen. 5 Euro Unterhaltskosten und 8.200 in der Anschaffung. Ja. Gut. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Kennt man solche Sachen, wurde als Mod schon viel, 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 viel schöner gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich schon viel schöner gesehen. Aber ja. Wer nur von euch Standardsachen spielt und sich nicht mit Mods rumärgern möchte, für den ist das natürlich genau das Richtige. So. Was haben wir denn hier Schönes? Sehmaschinen. Einmal und zweimal. Wahrscheinlich dürfte das eine für die Getreidesachen und eine für Zuckerrüben und Mais sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe es nicht nachgeguckt. Aber das wissen wir sofort. Sehmaschine. So. Und zwar haben wir hier. Ja. Ist genauso, wie ich gesagt habe. Wir haben hier eine kleine Sehmaschine. Die Greneland DL. Oder Ferneland DL. Für 9.000 Euro. Kapazität 750 Liter. Arbeitsbreite 3 Meter. Ja. Zum Anfang ist es ja nicht okay. 30 Euro Unterhaltskosten am Tag. Mit der kann man ansehen Weizen, Gerste, Raps und Gras. Und dann haben wir noch die bisschen größere. Die hat eine Arbeitsbreite von 3,8 Meter. Kostet aber gleich um 3.000 Euro mehr. Also, ne. Mit der könnt ihr ansehen Mais und Zuckerrüben. Billigte Leistung 70 PS. 30 Euro Unterhaltskosten. Ja. Die gefallen mir persönlich gut. Ich weiß nicht, warum ist es die Kombination von Rot-Weiß. Die gefallen mir wirklich gut. Auch mit den Schläuchen. Das ist wirklich schön gemacht hier. Ja. Wollen. Also, die werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Vielleicht mal eine Runde anspielen. Aber die finde ich wirklich schön gemacht. Gut. Okay. Ja. Es ist nicht mehr. Es sind insgesamt 20 Neuerungen, wie ich schon gesagt habe. Es sind ein paar Trecker. Es sind LKW-Mähdrescher. Und sehr, sehr viele kleine. Beziehungsweise, ja. Es sind Gerätschaften mit einer geringen Arbeitsbreite dabei. Ist alles nicht für einen XXL-Hof ausgelegt. Aber das müsst ihr, ja. Wenn ihr Bock darauf habt, kauft es euch. Schaut es euch an. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es bereue, dass ich es gekauft habe. Ich habe es nicht geschenkt bekommen von irgendjemandem, sondern ich habe es mir selber gekauft. Möchte ich auch mal an der Stelle sagen, weil immer gesagt wird, dass sowieso alles, ja, schon zwei Wochen davor da ist und kostenlos und hast es nicht gesehen. Nein. Ich habe es selber gekauft. Und, ja. Ich werde bestimmt die eine oder andere Maschine davon in Gebrauch nehmen. Den LKW auf alle Fälle. Der gefällt mir gut. Der Oldtimer auch. Und vielleicht die Sehmaschine. Die gefällt mir ganz gut. Aber das ist eine Geschmackssache. Es gibt sicher jemanden, der fährt voll auf den Gruber ab. Und es gibt bestimmt irgendjemanden unter euch, der voll auf diesen Düngerstreuer abfährt. Ja. Natürlich. Es kann jeder selber rausnehmen, was er denn möchte. Es ist ein Pack. Es ist das erste offizielle Add-on. Und, ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt keine Praxistests, weil das müsst ihr selber erfahren. Ich teste jetzt nicht komplett jede Maschine, weil sonst sind wir nach zwei Stunden immer noch hier. Ihr wisst, wie das läuft. Im Prinzip, es ist nichts anderes. Es sind vielleicht nur ein bisschen andere Geräte. Die hat ein bisschen schöner gemacht. Das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber testet es einfach selber aus und habt Spaß damit. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, es kommt noch ein zweites Video mit der Vorstellung dieser neuen Karte. Das könnt ihr auch gerne anschauen. Ja. Wie gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.